Was ist denn das für den Beschiss, was ist denn das für den Beschiss, ey? Wir machen mehr Schattenschaden, wir haben erhöhten Schatten, aber die Gegner haben 40% weniger, der Bonus praktisch ausgekänzelt, weil wir nur 15% mehr Schaden machen, der dann? Naja, so läuft der Teile ab, ne? Jetzt kommt jetzt mal wieder eine halbe Stunde, die nichts, das war ganz unten. Wir müssen dieses Spiel eigentlich immer nur alle paar Monate spielen, wenn man neue Dungeons hier sind, wenn man immer hier neue Dungeons sieht und so. Ja, aber die kriegen wir da nur mit den neuen Seasons oder nicht? Ja. Das ist ja auch Gift Schaden. Ja. Ui. 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 Monster verursachen die Verlaufe, die verursachen für den physischen Schaden als Gift Schaden. Cool. Also hat nicht nur die Elite-Segner. Na. 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 Ich habe eine Glühw jetzt maximiert. Na. 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 Ich weiß auch nicht, ob ich da hab ich jetzt irgendwie einen extra Bonus bekommen hab oder irgendwie so was. Na. 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 hat er weniger schadliche gegner keine ahnung während dem bisher kann wo du dann gehe ich nach rechts wir treffen uns damit du nimmst die linke seite ich die recht so dass unser erster boss da unten durch mal betäuben der war nicht herunter vielleicht ein beschwerer irgendwo ich mach mal klein fischer kaputt aber ich bin beteiligt und ich bin weg er ist irgendwie sehr langsam also weiter geht nein wenn ich getroffen ignoriert mich vollkommen ich wollte ganz auf den drücken ein der stoß ich glaube der sex von dir mal voll der mode stoß ich bin beteiligt ich bin tot nein aber okay ich habe keine trinke entschuldigt mich einen moment da schnell hat sich ich war vergiftet nein ich war vor der trank war ich war vergiftet aber wenn ich den trank da gar nicht wenn er keinen dran getrankt gedroppt hat er mich jetzt so gewesen meine frisse und eigentlich nichts zu töten oder ja ich habe einen trank nur übrigens also für mich heißt das gleich tabi tabi bye bye vielleicht heißt das in der englisch menschen und so ich habe nur eine folge tennet habe ich geguckt ich habe nicht getrunken das bin ich mit sagen in diesem ganzen gift gegnern ja alleine vielleicht unschön ja aber so schnell sie immer nur wieder so ein haufen spinnen wir auf einmal auftauchen dann war ich auch was schon zwei tränke johä wenn sich bei mir dann den aus meiner schluss aber so viel feuer nein haben wir schon da waren das ist ein häcker xiv der donnertänzer aber er lebt noch mal jetzt glaube ich mich mit ich muss mich daran erinnern wenn der todes weg man hat der fiel aus ich habe nur tränke ich weiß nicht ich weiß nur diesen toten die spinntun spawn damit ich weg haben ist mein trank schon abgelaufen und kälte widerstand präzision kampfglück menschen schlachten kann man nicht gegen ein paar menschen mal kämpfen und vor allem menschen schlechter der vollbau menschen zu schlachten ich höre eine frau in nöten ich komme gerade hier kommt direkt feuerball ins gesicht nein warum lass mich nicht allein ich muss weg ich muss weg weg für mich steht jetzt gut da tränke sich gerade überzeugt hat einen trank hinterlassen nein wo es gibt mir im teuge ja weil in der höhe wo ich fang an ich bin direkt schon wieder ein vulkan aufgete truhe falle weg er kann mich nicht ich drehe mich wie bekloppt er kommt dafür ist vorher der einen schießende feuer ich stehe alle perfekt für meine ramme und so feuer es wäre eine gramm boom ja mehr ok vielleicht doch nicht so viele nein die mauer ich danke 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 ich habe mich schlangen lässt aber nein meine größte schwäche gibt und ex wo ich habe es gerade gesehen und dann war ich wieder zu spät weg jedes bürger natur ich bin noch nicht bereit ich habe mich da denn immer ist nicht witzig ja schon wieder getan jetzt mit der scheiße wir haben jetzt mal keine vulkaner aber genau das meine ich hier war giftig ich frage hier ganz an so gift explosion und das ist man geld irgendwas vermacht das hier 902 gegenstands macht wir sind hier los schon da rein ja ja wir sind schon hier hinten vulkan schatz problem hier geleben so viel schaden so viel schaden ich habe hier eine fallung oder nicht das ist immer machen vorher ich habe ich habe die mich aktiviert ich glaube ich muss weg ich muss weg tschüss kann man das ding aktivieren kann man genau vorsicht ja 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 ich bin tot ja ich will aber eben so einfach wieder eine ganz schöne kombination verein gefordert neben mir statt der schlechter ich habe nur gehört moment schon mal besiegt ich glaube ich bin dann kommen kann also klammer mit leute geht auch mal weg aber auch nicht wieder bleiben dann steht da einfach nur nicht was man denn geschlagen ja ich kann ja nicht ankommen der verfolgt mich ja die ganze zeit glaube ich aber ich bin tot er fordert wege sind es wieder ab ja ich habe keine trinke ich habe den blitzten boden gemacht da bin da hingerichtet heißt keine ahnung noch mehr gegner na klar so kann ich muss weg was ist feuer blöde wieder verdammte schlechter ja wenn die finger kriegen jetzt mal oh 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 los ja wenn man letztendlich kaputt auch noch fertig wenn ich mir ein boss besiegen müssen also da ist ein vulkan das mit gift fall am buchen wird hier überall reine oh 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 ja ja ich habe den ja schon habe ich ja gerade an den händen aber dass ich erst mal mein dinge ohne mit kommen wir unter dem schilder bis auch dort der poste hat mich gekillt der sport jetzt genau da wo das schild ist es ist genau da zurück gelaufen der kollege kraft mich auch an oder ich will da aus aber er mir auch nicht weil ich unterm schild bin und er mich gar nicht angreift ich stehe mich nie ganz runter ha 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 ist grund am schild ich bin ich bin vergiftet mal unten los da sind die jetzt die weg warum sind die gegangen wir können einfach hier verschwinden ich weiß nicht warum ständig wir sind auch übertreiben hier hier habe ich auch danke und unter dem schild gefahren der hat die beschworen wir trinken er ist er denn event ich kann es nicht mehr weg so schnee weil ich das sehe bin ich tot einfach immer in bewegung bleiben immer in bewegung bleiben ich bin noch nicht so aber dann reicht es sie freut sich dass wir sie gerettet haben nein also ich glaube modesturz ich bin auch immer voll gut gekleidet gerade aufgelebt mann paragon mäßig vorsicht da wir haben wir wieder unendliche überlebungen da war der vulkan ich hätte gar nicht mehr machen noch stärke so hast schon da hochgelevelt an der glyphe was machst du da bluten so fassen wir zusammen keine vulkanisch mehr heute ich habe jetzt einfach von viele sprung erzeugt erdbeben ich will auch gerne nur als ich hatte ich verstehe nicht auch was du hinaus willst 22 prozent widerstand gegen gifter wäre doch cool sonst noch nie probleme mit dem den vulkan gab ich habe so was kann der heim denn wenn ihr ein elite gegner betäubt du willst du elite gegner betäubt wenn ihr ein elite gegner betäubt einfriert oder bewegt schaden gegen einen boss verursacht werden gegner in der nähe angezogen also ich zu tage schaden schocklanze albtraumportal monsterfeuerschein weiswort albtraumportal klingt noch schillig irgendwie im vergleich zu was wir heute gemacht da wird 62 monster gift schaden natürlich monster gibt schaden oder wie wir es hier monster verbrennung schaden lag und verteidiger verlangsamen eine geschosse das klingt auch gut ne passion des glaubens haben wir schon gemacht 62 nein jetzt habe ich auch jetzt habe ich die auseinander genommen also ich habe noch mehr als 62 dann nehmen wir im albtraumportal monster gift schaden verkürzte abkling zeiten bei tötungen hat man auch schon maugern zwerg verwenden bitte nicht zerlegen wenn es geht dankeschön was für ein empfänger fehler ich muss warten der helme ist zwar stärker aber die fähigkeit gerade nicht diesmal zu wenden okay ich kann von außerhalb des gebäudes auf die truhe zu reifen anschein ja die truhe ist allmächtig da und das ist ja dann nicht tu mal rein ich habe irgendetwas einzigartiges was ich ausrüsten wollte was mit der hose ja ich brauchte so einen aspekt wieder hier mit den dornen mit der rüstung fast genauso gleich aus jetzt waren andere aber jetzt hat er die seien wie man jetzige einzigartiger zum teufel ja ich hatte mein automat von dem weltboss bekommen sieht man da mein pferd weiß nicht welche davon hat neue ding war ja ich habe wegen event oder irgendwie das in den türmen oder so ich bin noch nicht meine rüstung reparieren so gibt mir ein gutes amulett muss deine rüstung reparieren da nicht so ein mist ja habe ich ich habe kein gutes amulett bekommen ich plane damit die frau zu verklagen so wollte ich jetzt noch mal einfach mal einzigartigen sachen gucken aber ich habe da ja nix 877 wir sind alle so schwach warum ist das so schwach ich muss warten okay das ist nicht gut um bald distanz anwürfe erhöhen die abklingt selbst die verbliebenen kreaturen ist schon die questione in die danschen ja okay ich war fast durch wollte nur sagen dass ich schon fast da bin ja hier schon fast da bin so man ist da nicht gut die vzeit nicht so viel heilen wir haben den gift schaden hier sorgen nicht ein denken weil ich habe einen klicken gelesen das ist ein portal dann ist das schon wieder der selbe ganz zwei mal gemacht haben weil ich nicht das passiert es geht ja nicht um die dann schon es geht um die action war vor der rote kreis geht alles klar ich muss mal übertreiben wie kann mich denn der rote kreis gehen warum ist das denn schon da muss auch da war eine menge schaden ja bei der rote kreis nämlich hat der grundschotter der kaputzenträger der die markt war da der rein okay ja schon mal wir sind so viele kreise ich bin noch nicht wird sich so viele kreise wollte wir haben ein bisschen in buffer hier sind so viele kreise aber ja ja du ich ja ich mache schon ich glaube wir sollten erst auf dem buffer losgehen wir brauchen einheitlich weiter ihr stück wir haben schon genug probleme hier leute die gegner die herauskommen sind jetzt nicht so die gegner die herauskommen sind jetzt nicht so wartet ihr stücke wer macht hat von euch oder bist du das so viele kreise so viele bunte farben ich weiß nicht ob der tod ist ich glaube der ist tot ich bin mir nicht sicher na klar jetzt kommt noch ein portal ja ich glaube wir haben mir ist das ein flamme bürsch ja aber ist ja nichts kam doch schon mal vor wenn man da ist irgendwie einfach das ist das licht was ist das für ein licht rote aber hier ist doch nirgendwo wasser aber hier gibt es auch gar kein wasser er kann doch gar nicht hier segeln da ist denn hier schon wieder los ich habe mal da rein machen kann waren sie alle weg ich habe ja den gold verwandelt war vorher natürlich war ich damit feuer aber das war wieder so ein wellen angeredet hat überlebt hat ich muss machen ja 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 kaltblütiges kann die wahlen bei einem wart mal irgendwas hier nachgefangene ja da war ja was hier rein kaltblütiges kann ich mir das tor zur unterwelt gefällt also löcher leute na wie geht so stets hallo wir seit ihren hallo jetzt kommen wir keine kreise mehr wieder ja ja jetzt sind ja wieder gegner die gegner die aus dem portal kommen sind aber natürlich ich war auch schon mal schlimmer so hat gefühl okay bleibt geschmeidig schon locker bleiben wir stehen geschmeidig nein tu es nicht kollege ist das schreckenswitter lassen sie jetzt bitte sein so einfach so eine maus irgendwo sie war sicher klippen lauer da habe ich bekommen irgendwie merke ich gleich von dem gift dem bach habe ich vor gegen die band gebritt hat war selbst oder so auch feilchen wenn ein paar gegner ich glaube ich habe ich gesprochen nachdem ich ihn gerettet habe hat meine ultimate mit dadurch voll schnell im tagebuch getroffen und anscheinend ja ich auch jetzt kann ich ich habe gesehen ich habe auf karte geguckt ich stand direkt vor mir wir müssen zum rad der diebe durch was schreckenswitter ein schreckensknickers und du bist nicht du wenn du ungerlich bist jetzt ja besser nein gift nein er sagt betäubt ja doch gott an einen ort gezogen und dann direkt explodiert da standen gerade noch voll viele leute jetzt ist ihr leben verwirkt ich muss wachten ich muss wachten ich war wieder nur die erste raum wieder voll albtraum dann das war noch halbwegs machbar hier ist eine menge los ich korrigiere mich hier ist eine menge los oh gott das muss ja aus nein nur geld an wort kommst du war ja der verschneite schreckensritter ja 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 blut ja was so diese information nein das tue ich ganz sicher nicht die automatisch die felder am boden oder bist du so blumen die sich auftun und anfangen zu sprießen sobald ich an den form wenn zwei waffer an der hand wir sind tot war im portale obwohl er gerade erfahrungspunkte schon der boss also den viele ritter machen wir überall verwundbar gelesen gerade nein ich die mann der befein übergezogen mittags ich bin meine ultimate habe ich gerade gedreht für die gegner sind da entschuldige was ich glaube ich war eingefroren hat was schon direkt aber ich habe ja das leben geschenkt da ist ja noch ein portal und auf die mit den riesen ächsen sind die gefährlich weg mit euren sprungangriffen alter ging ja die tun weh ich trage mal kurz einen schluck ich bin noch drücken gewesen jetzt bei reden betäubt nun kann mich nicht bewegen das war da habe ich noch nie gesehen weil sie der hatte so ein rotes feld hat sich mit ihnen bewegt hat ich habe noch nie gesehen ich habe versucht den rassel schwinger da kaputt zu hauen war das epizentrum von irgendeinem roten feld ich versuche den rassel typen da zu erlegen aber der feurige schamanen der gefallenen der gefällt den anderen hoch ich bin doch weggerollt noch hatte ich muss meine wut aus lassen naja jetzt gesprungen und derzeit gesprungen dann er war gelandet und du warst dann da wo er gelandet ist stöcke wo es beeindrucken wir diesen level 71 stark wir sind ja da war es drauf haben komm herr du erd rüttler sagen wir wieder an glücks da gehen wir haben zum zucker typen ja jetzt ein paar minuten ist auf seine torte ich brauche ein bisschen zucker zucker ich hab's früchte ich hab's ich gehe mal zudem muss andere hier zu den vampir kollegen vielleicht noch so ein einzigartiges ding ab stauben so eine mulette hat wir richtig gut wie was man mit so einer mulette hätte ich gerne mal spiel einfach da rein und versuchen soll nicht das überleben nicht alle sehen sie sternchen nach abschluss des prologs kante kam bei dem charakter auswahl starten oder sind da will 90 mal geht noch mal weg so macht man hat mein gott ich höre mal nur so ratzeln ich habe eine baby party hier sind die im weinen 97 und 90 ins 2 3 hallo warum treffen sie sich immer alle vor der dungeon warum gehen nicht direkt da rein sind wir nicht im ding sein oder was in der gruppe oder aber ich weiß noch nicht ja wie wird sie da machen keine ahnung also kurz vor mir gab aber ich krieg keinen ab von dem bossen wo du aber letztes mal das hat machen konnte übrigens ich habe jetzt nur noch vier übrig hey kollege na wer von bänden amulett das bräuchte ich nämlich noch eine zwinker zwinker da wäre jetzt richtig gut so ne heimige bitte jetzt mal schneller darauf habe ich doch gefühlt ich soll als glüten meister das bedeutet ich habe die glüten gemeistert ok der abegetan ja wir können euch nirgendswohin bewegen überall ist irgendwas ja nein ich sag ja wer tot ok eine vermachte axt da ist wahrscheinlich wieder die gleiche die ich vorhin bekommen habe oder hackball des schlechters der schlechter hat sein eigenes hackball brauche ich nicht so Vielen Dank.